Ich bin's mal wieder, Henry. Es war ein paar Jahre her, wo ich auf ein Video... Sorry, also es ist schon ein sehr, sehr langes Jahr. Ich weiß, ihr seht, mein Account wurde aufgepumpt. Meine Koffein sind jetzt auch besser. Tut mich leid, weil ich habe nicht so lange ein Video gemacht. Es tut mich so leid, ne. Wer ist denn mit in der Liesern startet? Es tut mich super leid, ne. Und es ist ja noch die Bräule Autos, ne. Ich weiß sogar noch, ne. Also es tut mich noch mal leid, ne. Ich habe seine Börse. Es tut mich noch mal leid, ne. Und es ist sehr lange her, super lange her. Oh, Handy? Ja. Jetzt bin ich im Slee-Baut hier. Und die Bräule... Also wenn ich jetzt Zeit mache... Und die Bräule ganz... Ich bin jetzt... Also ich muss das... Ich muss das jetzt genau... Oh, was? Morgas! Lass dir nicht aus, Elias. Wie geht das? Oh, shit! Das war wirklich los. Ich weiß nicht. Okay. Guck mal. Der Elias sah sein Auge von Sandy. Ist einfach nur YouTube. Guck. 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 Ich schiebe mich... Ich schiebe jetzt das mal einfach dorthin. Guck. 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 Ich schiebe jetzt das mal einfach dorthin. Guck. Und jetzt geht es dorthin. Aha. Ich schiebe nur sieben Abonnenten. Bitte. Und gebe ganz viele Likes. Bitte. Ach so, nimmst du das? Und nämlich... Und mein Name ist... Ich will noch mal dorthin. Und mein Kanal heißt übrigens jetzt neu. Endlich die Gurke! Und mein Profil ist jetzt eine Gurke, nicht mal ich. Weil er eine Gurke ist? Ja. Du bist einfach eine Gurke. Ist doch so. Wie Kevin ein Ei ist. Du bist Kevin, Alter. Hör auf, Digga! Du bist da. Nein, ich liebe... Ich hab euch... Ach so, nimmst du das? Den schnappen wir uns. Wo hab ich euch hingelegt? Ach, dort seid ihr. Ah, shit! Der Wigoni. Pssst! Ah! Schön, Digga, Daniel. Du hast so... Du hast so ansonsten, Alter. Ja, ich weiß, wie ich bin. Ich hab seit... Den schnapp ich mir! Ja, Bro, ich hab's schon lange nicht mehr gespielt. Ah! Stirp. Ich kann... Handy, da ist ein Energy drin. Kannst du haben? Ja. Weil ich muss davon zwei kaputt machen. Den schnapp ich mir! Zu dir doch. Pssst! Ah! Easy. Okay. Okay, let's go! Ich hab schon etwas länger nicht gespielt. Was ist denn hier los? Ich hab schon etwas länger nicht gespielt. Ach, Mann. Das ist doch irgendwo. Das hab ich getan. Nix. Ich brauch es. Die-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Pssst! Ich will ja nix sagen, aber ich glaub, die Gegner ist dann schon in der Mitte. Ja. Ja. Ah, shit! Das ist ein Griff. Das ist sehr frei. Aha. Ich komm los. Ich hab nicht geholfen. Mit Einzug. Wie findet ihr den neuen Brawler? Wie findet ihr den neuen Brawler? Finde ich ganz gut? Du musst jetzt scheiße sagen, weil du grad gedetet bist. Ist mich egal. Ich find ihn ganz nice. Ich find ihn nicht ganz nice. Ich find ihn nicht ganz nice. Der ist jetzt? Der ist sogar langweilig. Ja. Der ist aber ganz cool. Im Außen her sieht der echt scheiße aus. Der ist ziemlich kitschig. Du musst in das Gift gehen, dass du Cubes gibst. Warum? Ja, dann hab ich einen Cube. Da musst du aber warten, ne? Dass ich wieder da bin. Das geht grad wirklich. Ja. Du bist... Tu's grad... Tu's nicht! Tu's nicht! Was? Hast du grad nicht ernsthaft gemacht, oder? Doch, hab ich nicht. Ja! Jetzt hast du nur einen, ich hab null. Und du bist dort. Die haben es! Kämpf doch einfach! Das war ne extrem scheiße, die von dir. Das ist ein Teil, ich schneide dich erstmal aus, Freunde. Pause. Ich schaffe. Aber die sind dann... Wir haben 100 Runden jetzt gemacht. Zu 1000, ganz viele. Ne? Ja, mein... Mein... Mein Fangs ist auf... Dank 25. Kann einer, wenn wir das geschafft haben. Dein Fangs? Dein Fangs? Ja. Wirklich? Hä? Ja. Aber lass bitte ein Abo da. Abonniert. Abonniert. Abonniert! Dann bekommt ihr mehr Videos von mich. Und ihr kennt mich kaum. Aber ich glaub, die nennen das nicht. Friss. Mein allererstes Video haben nur 40 Leute. Ey, der ist so richtig, ich sag's dir. Pssst! Ah! Ah, shit! Ey, wir wohnen. Geh weg! Verpiss dich! Oh ne, Elias! Okay, hab ihn. Willi ist wegen an dich, über Essen. Willi ist wegen an dich, kann ich das Video nicht hochladen. Doch, kannst du. Das Video ist, das was du... Wir haben gewonnen. Und das was ihr gehört habt, habt ihr nie... Neuner von. Habt ihr nie gewonnen. Doch, fresh. Pussy fresh, Pussy teen. Okay, drückt er rein. Ihr wunderschöne Otis! Du wunderschöne Otis! Bin ich in dich verliebt. Hhhh! 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 Hhhhh! Ich will dein Koffein, damit ich da einen Acht. Hehehehe! Den schnappt mir und der hat. DUM 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 DIN! Und bitte abonniert mich nochmal. Ne? Abonniert mich bitte. Ich hab extra für euch ein Video hochgeladen. ich mag den titel ich glaube ich habe ich das gefühl ja weil es sich extra versteckt dann gar nicht zu ihnen und dann kommt und dann kämpft ein frank lichtige taktik ja jetzt ich bin der köder du bist der kürte aber die leute will wenn wenn ich ab neun minuten dann machen wir noch mal mit uns den höchsten brawler also ich die leute dafür was dann da ab der füße aber wirklich mehr eigentlich hier sind sie nicht hoch aber für uns also bitte lasst abos da weil sonst hätte ich das nie getan bitte bei 100 abos machen versuchen versuchen wir den handysempfänger für uns auf 25 9 minuten nicht es ist riskant aber riskant gefällt aber ich gehe zu tipp weil der ist lost ja ich bin etwas schlechter weil ich so lange nicht mehr gespielt habe ich puste der der sechs gibt was kann ich machen nicht so schlimm es ist neun minuten ehem und jetzt höchste brawler nehmen leute wenn wir kämpfen müssen gibt abos kämpfen also gibt kein abos also gibt doch so ein abos gehört mich abos mich abonnieren bitte also ihr seht ihr den roten punkt das bin ich als wir also das wenn ich ein wenn ich habe wenn ich habe wenn ich habe eine million abonnenten dann zeige ich mein echtes gesicht mann lukas bitte die werk lukas wir machen wir haben jetzt den klitten geholt haben wir haben den klitten platz geholt hast du leeren hast du spiel ja hast du schön was hast du hast du schön gezogen nein gekauft abgeholt abgeholt hast du den glücklich ja hatte ich deine frage nun gekehrt ach du schein hey mal weib du hast dich jetzt dahin da du hast dein hässliches ding dahin ja gut